Soll ich mal was sagen, Leute? Ich möchte jetzt mal ein Thema ansprechen, ja? Ich werde ja von den Leuten eigentlich immer nur mein Leben lang ungerecht behandelt und weiß ich nicht. Ich weiß einfach nicht, wieso mich nur das Schlechte anzieht. Wenn überhaupt Leute in mein Leben kommen, sind das schlechte Leute meistens, ja? Und wenn das Leute sind, die etwas Geld haben, dann sind die nicht schlecht. Ne? Aber wenn sie kein Geld haben, dann sind sie schlecht. Und ich hatte schon eine Zeit, da hatte ich kein Geld. Und ich war trotzdem nicht schlecht. Und ich war trotzdem ein Gönner. Und jetzt will ich euch mal was erklären, warum viele da draußen annehmen könnten, dass das gar nicht geht oder dass ich gar kein Gönner sein kann, ja? Wie kann das denn funktionieren? Weil es gibt ja Leute, die beobachten mich, die wissen, was ich da mache, da, was ich hier mache, wenn mein Leben verfolgt wird, ja? Aber ich sage euch mal was. Ein Gönner, wenn er nur mit Leuten zu tun hat, die nicht gönnen können. Guck mal, was die Bastarde mit mir gemacht haben, wo ich stehe in meiner Wohnung. Ich hätte Porsche haben können, ich hätte Haus haben können. Was mache ich dann? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ne? Wisst ihr, worauf ich hinaus will, wenn ihr mal die ganze Zeit verfolgt, was ich im Handy veranstalte? Ne? Die sind keine Gönner, ganz einfach. Ne? So. Oh, ist so, habe ich noch das Bild? Ja, okay, ja. Und jetzt lasst mich mal machen, mal Ebay da. Meine Kunst, ja? Die ich beherrsche und mache und lebe, ja? Das, was ich mache, ist Kunst. Mein ganzer Lebensstil ist Kunst. Ja? Und ich halte alles im Waage. Deswegen spreche ich solche Sachen auch aus. Ist egal, welche ich ausgesprochen habe, aber die stimmen schon alle irgendwo, ne? Dann ist nämlich alles irgendwie wieder ein Gleichgewicht, obwohl keiner so schwer dabei verletzt wurde wie ich. Und ich wurde nur so schwer verletzt, weil ich schlauer war. Und weil man mir nicht geglaubt hat, dass ich so gut spielen kann. Oder das kann doch nicht sein. Muss doch eine Lüge sein. Oder so. Kann man mal sehen, ja? Dumme Leute. Mit dummen Leuten hatte ich nur zu tun, ne? Wisst ihr, was ich mit den Leuten da mache? Versteht ihr das nicht? Ich bin ein Gönner, aber die da draußen, das Volk, da sind die wenigsten Gönner. Versteht ihr das? Wenn ihr auch, ist egal, bei wen, was ihr mich verfolgt, mit dem, was ich anstelle. Lasst mich in Ruhe und lasst mich bei Ebay mein Ding machen. Ganz einfach. Ne? Und da? Und da?